Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Heute möchte ich, dass Ihnen ein Licht aufgeht und dass Sie dabei noch ganz, ganz enorm Energiekosten sparen. Und da habe ich genau das Richtige für Sie, nämlich diese Lampe bzw. LED-Spot liefert warmes Licht für eine entspannte Atmosphäre. Damit fluten Sie Ihr Wohn- oder Kinderzimmer mit warm weißem Licht. Dabei ist dieser LED-Spot extrem stromsparend, denn die Lampe verbraucht nur 12 Vat. Um den Lampenaustausch brauchen Sie sich auch keine Gedanken mehr zu machen. Die Luminea LED-Lampe hat eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Mit dieser Lampe stehen Sie nicht mehr im Dunkeln, da die LED-Lampe von Luminea sofort hell wird und keine Anlaufzeit bis zum Erreichen des vollen Lichtstroms braucht. Diese Lampe passt in jede handelsübliche E27-Fassung. Also jetzt clever sein und Strom sparen. Diesen und viele weitere Artikel finden Sie natürlich auch jederzeit bei Pearl TV. Sie empfangen uns über Kabel, über Satellit oder gerne auch im Internet unter www.pearl.tv. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf dem nächsten Mal.